guten tag wir zwei wieder radioactive man und fallout boy ja wir zeigen euch heute mal unser studio auch wenn es kein making of wird aber folgt uns beziehungsweise folgen wir jetzt mal dir weil du hast das meiste gemacht du hast das meiste gemacht weil ich musste arbeiten und alles scheiße finden wir haben so total erotische vorhänge aufgehängt vorerst ja zumindest vorerst ja damit wir unser bisschen ok jetzt jetzt natürlich ganz viel licht das ist die green screen beleuchtung die hier so hell ist der da hinten in der ecke steht und davor eine wunderschöne couch die wir noch zusammen abgeholt haben sogar da hatte dort die sich was ganz tolles einfallen lassen mit dem tisch ein paar alte reifen na einer ist es eine alte felge flexi glas drauf gut ist wir müssen halt hier noch schauen dass wir unser ton verbessern ja noch halt ein bisschen aber es geht schon also ja wenn ihr den anfang erlebt hätte zu juli das ist so der eine set den wir überwiegend benutzen werden es gibt ja noch einen kleinen zweiten nebenteil das ist noch nicht ganz schön wir müssen ja noch mal sauber machen ja das ist ja alles noch in arbeit also ja das wird so der zweite set für doni versus jens was noch nicht vergessen worden ist wir arbeiten dran aber hier müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten ja wenn man stück zurückläuft dann kannst du das mal ja ja volle breitseite hier drei stühle eine meinung nein sind vier stühle verdammt drei stühle keine meinung youtube klopapier ist auch da die beschissenen themen dann bauen wir jetzt mal ganz kurz die kamera auf so wie das dann aus wenn wir hier sitzen ja genau so unser green screen da können wir dann diverse kleinigkeiten drauf machen so wie das da oder hier genau genau so unser green screen da können wir dann diverse kleinigkeiten drauf machen und ansonsten können wir jetzt auch was können wir jetzt alles machen wir können jetzt hier ich weiß nicht den kamera klopfen genau stundenlang ohne was zu sagen immer viel mehr ja wie sagt wir haben es ja versprochen dass wir es nochmal zeigen unter unser winter domizil vielleicht auch im sommer hier schwitzen wir nämlich nicht so das ist echt kühl deswegen nennen wir es auch nie von der bonka der bonka der bonka weil es tatsächlich keine abc schnitz kommt ja es könnte wo sie kommen und außer dass wir bonkern passieren ja obwohl wenn wir da nicht mal mit aber gewollt fühlen ich hätte mich dann doch irgendwie ich glaube das bringt es nicht ok naja wir haben ja vorhin die zwei große Stahltüren wenn du zu tun machst dann aus der genau ok also wir sehen uns demnächst mal auf jeden Fall ja bis bald bis bald bis bald dann